Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen. So, wir haben einen neuen Schüler in der Klasse. Stell ich bitte vor. Hallo, ich bin Talfried. Bitte Ruhe. Okay, Talfried, setz dich bitte. Was hast du denn für einen behinderten Namen? Acht, neun, zehn. Kann ich mitspielen? Nein, du Opfer. Wenn du nicht nochmal verprügelt werden willst, erzähl niemandem was. Talfried, alles okay? Ja. Herr Müller, Talfried wird von Tim, Peter und Eva gemobbt. Okay, ich werde es im Klassenrat ansprechen. Okay, ich habe gehört, dass Talfried von Tim, Peter und Eva gemobbt wird. Warum? Er hat voll den bescheuerten Namen. Talfried kann doch eh nichts für seinen Namen. Tut uns leid. Und seitdem wird das Thema immer wieder angesprochen und Talfried kommt gut an der Schule an. Ende. Dann, bis auf! Tür, bis hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. See you. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.